hallo und herzlich willkommen hier auf der marsch ich fahre jetzt mit den zereon zum feld nummer 21 und werde da mal weiter arbeiten die gruppe der feld 21 zwar alle fälle die mit raps heranbringe also da aber zwar muss ich nicht gleich körper das ist nicht so wichtig dann kommt da zum beispiel weizen rein oder gerste oder ja genau so was aber was die aussage eben später eine arbeit die wieder okay die form oder hier gras bestehen einer jedenfalls zwei muss ich mal gucken was los ist warum die jetzt streiken so da sind wir wieder auf feld nummer 21 so das sind die felder die ich später zur hoher wahrscheinlichkeit gab es reinbringen würde das wird man so nicht machen hier werden wir ruhig auf drei gehen weil da ist hier ein deich und beim wenden hat er oft Probleme so warum geht es hier nicht weiter beide stehen ganz kurz entlassen lassen ja dann muss ich nicht verstehen wie gesagt das kann durchaus sein dass es waren verkehrten reihe ich habe nichts gemacht also umgestellt der macht grün eigentlich nicht vielleicht waren die sich zu nahe kann nur sein denn der ist ja gefahren seitdem ich ihn entlassen habe der macht ja die weißen das ist ganz praktisch dass dieser knüppel ist hier für fürs abladen dass er aufgehen kann in anlagen ist sowas wichtig ja wieso macht er jetzt die reihe das ist jetzt mal gucken rechts das geht nicht dann lassen links das ist nicht so schön wieso hat er sich jetzt geändert er wollte kein linker sein aber kein rechter mit die ballen her mit die ballen her mit die ballen her nicht so einfach krähen die krähen machen Lärm genau grün bagen links sinnvoll ist aber nicht ist egal sinnvoll ist aber nicht ist egal er hat sich umgestellt alleine so z und naja im grunde muss er nur er rollt ja da rein ne im grunde macht er nicht schwer zuerst ne gut machen unsere beiden anderen die scheinen ganz gut zurecht zu kommen gut klappt grün grün ist bei guter klappt auch dann wollte ich die paar ballen schon mal nicht sammeln dann können wir stehen bleiben liegen und steht da nicht linksherum muss naja eh aber wir können paar an die bgh weit schmeißen ne besonders in der anderen bgh da sind da noch etliche so liegen da rum da können wir noch sicherlich paar verwerten und daraus geld machen ne Zeit haben wir noch genug Zeit ja ich muss gucken dass ich jetzt hier ne also das passiert mir deshalb wieder häufiger ist schlecht für den Algorithmus wenn das nicht geschaut wird ne wenn es geschaut werden würde solange dann würde ich sagen okay egal machen wir längere folgen ne aber muss ja auch für mich passen ne so 17-18 Minuten ist ne gute Zeit das waren sie ist auch noch verkraftbar aber drüber ist nachher eine halbe Stunde zum Beispiel ist ungünstig ne so fix bgh die ballenruhe die sind links gehen wir ums dann muss ich hier rum end und den umstell auf die Karte muss ich hier ausmachen da geht das nicht auch nicht Y-Lon war gewesen wieso kann ich jetzt nicht äh enden oder ist das hier nicht so haha es könnte sein dass der andere Ball im Wagen ist der hinten bei der Mo3 ist glaube ich so aber ich kann es nicht äh mir jetzt nicht erklären weil ich nämlich erkennen kann ich nicht umstellen kann das verstehe ich nicht ganz gut dann werden wir hier mal stehen lassen beziehungsweise um die Ecke da standen wir auch ein anderer LKW mit einem anderen Anhänger ne können wir mal stehen lassen da hätte man gar nichts anderes können ach gut bei der Molkerei war da gewesen ne Molkerei ist aber jetzt hier irgendwo hier äh zwei ne zwei nicht Zellstoff Molkerei ist da nehmen wir den hier ne so da geht das einzustellen das ist komisch im Grunde der gleiche Ballenware kann aber was leichteres dann kann ich mich gleich mal hoch holen die Ballen äh und hier auch zu BGH bringen aber hier die anderen ne unsere Molkerei die Arbeit fleißig geht schon wieder aus oh Gas geben Gas geben Gas geben Gas geben Gas geben nicht stehen bleiben ich bin glattig abgelehnt geworden und dann hier ist er hier gleich voll reingegangen und dann schbitte wenn er mir weiß was was wenn ich was das war 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 jetzt haben wir irgendwie irgendwie festgemacht gut, anmahl er schon jetzt hängt er an dem baum fest dann wird er den baum gepflanzt gut, jetzt gehen wir das leicht jetzt wollen wir den ballen das ist komisch, 30 verstehe ich wo 30 ausreichend ist, aber wie gesagt, bin ich zufrieden gibt wohl andere modus type 60 an da muss man sehen, dass ich das bei gelegenheit mal bei steam wieder aktiviere das hat sich mal irgendwann deaktiviert auch nochmal läuft morgen ist samstag, falls ihr es vergessen solltet ihr hier ich wünsche allen einen schönen samstag und natürlich auch einen schönen sonntag ich bin noch ein bisschen tüdelig in der eifer des gefechts vergesse ich sowas jetzt habe ich keine absicht so wischfutter glaube ich nicht ne sollte an die reichen normalerweise um gucken mal rein ganz kurz mal mal 6.000 reicht erst mal durchdrehende reifen mach keinen scheiß warum durchdrehende reifen das ist ungünstig level ganz kurz sehr schmerzen schmerzen Geschmack schmerzen schmerzen es ist ja irgendwas hier verfaul, irgendwie können wir nichts machen ne, Palette ist ein Mütter. Joghurt haben wir eigentlich. Wieso geht das nicht? Wer hat durchdrehende Reifen 7246, aber es muss einer von den Ballpressen sein. Wenn ich hier reinkomme, jetzt geht's. Die haben keine Probleme, das ist unser Milchfragen. Genug Milch da? Weiß ich nicht. Da komme ich raus, beziehungsweise. Müssen wir mal Gelegenheit. Tja, wo warst du stehen geblieben, ne? Beim Wenden sicherlich, ne? Drei Folgen wären das so wenig. Die böse Leitplanke. Böse Falle. Ja gut. Wird schon schief gehen, nächstes Mal. So, das läuft. 943.000, das reicht. Mist, haben wir auch wieder zu wenig. Zu viel. Da hat sich auch Diesel umgestellt. Auf geht's. Du darfst einmal Milchfahren. Junge. Was machst du mit mir hier? Also, zwei Folgen wären das zu wenig. Das muss ich nächstes Mal aber dran denken. Wird gar nicht garantiert. Das ist zu früh. Die letzte Bahn ist zu früh. Hier musst du. Ne, da. Kannst du nicht fahren? Du musst hier. Rechts, ne? Ne, links. Links ist da. Da. Da liegt noch Heu. Das ist schlecht. Obwohl ich war zu lange, bis hier Heu ist. Oh, 39er plus. Dann können wir bald Heu haben. Kann sein, dass wir Heu kriegen. Naja, gut. So, wo ist der Anhalger wieder? Also doch. Uhrzeit, Solischauer. So. Das soll es dann auch schon vor heute gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und tschau. Tja, morgen geht es weiter hier auf dem Marsch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.